Die falsche Matratze oder ein unbequemes Bett können für Muskelverspannungen, Rückenschmerzen bis hin zu Fehlstellungen in der Wirbelsäule führen. Ein Wasserbett soll bestmöglichen Liegekomfort bieten und sich dem Körper anpassen, ohne zu Druckstellen zu führen oder bestimmte Muskelgruppen zu belasten. Die mit Wasser gefüllten Betten bzw. Matratzen sind beheizt. Das soll im Winter für behagliche Wärme sorgen und im Sommer angenehm kühl sein. Im folgenden Wasserbettenvergleich werden sechs Produkte inklusive der Ausstattung sowie den Vorteilen und Nachteilen vorgestellt. Das erste Produkt auf unserer Liste ist My Waterbed 20205 Basic Line Wasserbett Das Wasserbett 20205 Basic Line der Marke My Waterbed ist in vier Größen erhältlich. Das Komplettsystem enthält ein Podest bzw. einen Unterbau inklusive Bodenplatten mit einer Höhe von 29 cm. Das Wasserbett hat nach Angaben des Herstellers einen Rahmen aus Schaumstoff mit einer Ummantelung und einer Holzleiste. Der Rahmen ist demnach für freistehende Wasserbetten geeignet. Das Energiesparheitssystem Silvertec, hergestellt in Deutschland, ermöglicht die Regelung einer Temperatur zwischen 26 und 36 Grad Celsius. Die Heizung soll stromsparend sein und es ermöglichen, die Wassertemperatur tagsüber sanft zu halten, statt sie kurz vor dem Schlafengehen hochzudrehen. Beim Basic-Line-Bett sind sechs Beruhigungsstufen zwischen 0% 20 bis 30 Sekunden Bewegung und 110% 0 Sekunden Bewegung wählbar. Das Wasserbett hat einen laut Hersteller hochwertigen Frottee-Bezug, der mittig teilbar ist. Der waschbare Wasserbettbezug hat eine Kunstlederbegrenzung und ein Gewicht von ca. 550 Gramm pro Quadratmeter. Die Angabe steht für die Dichtheit des Gewebes. Das Podest des Wasserbettes ist in den Farben schwarz oder weiß erhältlich. Auf Anfrage bietet der Hersteller weitere Farben an. Was ist Frottee? Das ist ein Textilgewebe, das einen sehr guten Griff hat und sehr saugfähig ist. Frottee fühlt sich sehr weich an und kommt häufig bei der Herstellung von Handtüchern oder Waschlappen sowie weicher Bettwäsche oder Schlafanzügen zum Einsatz. Im Lieferumfang enthalten ist ein Pflegeset für das erste Nutzungsjahr. Dazu gehören zwei Conditioner, ein Reiniger, eine Entlüftungspumpe und ein Reparaturset. Der Conditioner oder Konditionier kommt bei einem Wasserbett in das Wasser und soll verhindern, dass sich Luftblasen bilden. Eine weitere Aufgabe des Conditioners ist es, das Wasser frisch und sauber zu halten. Hochwertig verarbeitet und sehr robust, das Wasserbett von MyWaterBett soll dank einer Hochfrequenz-Schweißnaht und einer zusätzlichen Verstärkung sehr robust sein. Das zweite Produkt ist Wasserbettenpalast Premium Wasserbett. Das Premium Wasserbett von Wasserbetten Palast in vier erhältlichen Größen ist für einen Lattenrost geeignet. Die Wasserbettmatratze hat einen Rahmen aus Schaumstoff und einen Tencel-Bezug, der laut Hersteller bei 60 Grad Celsius waschbar ist. Tencel ist eine Naturfaser, die oft bei der Textilherstellung zum Einsatz kommt, da der Stoff als klimaregulierend gilt. Die Faser setzt sich aus kleinsten Härchen zusammen, die eine sehr gute Feuchtigkeitsaufnahme und den schnellen Abtransport von Feuchtigkeit ermöglichen soll. Leichtgewichtig und wassersparend, das Leichtbauwasserbett kommt nach Herstellerangaben im Vergleich zu anderen Betten mit wenig Wasser aus. Die Befüllung erfolgt demnach mit nur 130 Litern, wodurch die Wassermatratze kein so hohes Gewicht wie andere Wasserbetten erreicht. Die Wassermatratze soll im Liegen ein Gefühl der Schwerelosigkeit vermitteln und dabei helfen, dass der Körper schneller entspannt und die Wirbelsäule eine angenehme Form annimmt. Das Liegen erfolgt direkt auf der Wasserbettmatratze und nicht auf der Schaummatte. Das Bett bietet Beruhigungsstufen mit 50% und mit 90%. 50% Beruhigung mit etwa 2 bis 3 Sekunden Nachschwingzeit. 90% Beruhigung mit etwa 0 bis 1 Sekunde Nachschwingzeit. Das Premium-Wasserbett nutzt das Energiesparende Heizsystem Carbon Heater Classic. Es soll energieeffizient sein und eine kaum messbare Abstrahlung aufweisen. Im Lieferumfang enthalten sind neben der Heizung eine Baumwollfrottee-Bespannung, eine Schaumwanne, ein Wasserkern und Auflagen. Letztere sind laut Hersteller für Allergiker geeignet. Der Sockel gehört nicht zum Angebot. Was ist der Wasserkern? Bei Wasserbetten ist der Begriff eine andere Bezeichnung für die Matratze. Der Wasserkern ist mit Wasser gefüllt und in einem Rahmen platziert, der entweder aus Schaumstoff oder aus stabilerem Material wie Holz besteht. Der nächste Produkt in unserer Liste ist Wasserbetten 1A Dual SoftSight Wasserbett. Das Wasserbett Dual SoftSight von Wasserbetten 1A ist in 8 verschiedenen Größen bis zu einer Größe von 200 x 220 cm, breite x Länge, erhältlich. Es ist für zwei Personen ausgelegt, es sind sechs Beruhigungsstufen möglich. Wie der Hersteller angibt, hat das Bett auf der Stufe F0 etwa 10 Sekunden Nachschwingzeit, auf der niedrigsten Stufe F6 beträgt die Nachschwingzeit 0,2 Sekunden. Stromsparend und Strahlungs-Samenheizen Bei dem Wasserbett kommt eine sogenannte Calesco Touch-Heizung zum Einsatz. Der Hersteller Calesco bezeichnet sein Temperatursystem als sehr robust und zu fast 100% Strahlungs-Samen. Demnach bietet es einen sehr niedrigen Stromverbrauch mit nur 0,3 Watt im Standby-Modus und ist das Wasserbetten-System dem geringsten Stromverbrauch. Das verwendete Display soll eine hohe Kontrastschärfe und einen geringen Energiebedarf aufweisen. Das Bett besteht aus zwei Wasserkernen, bei denen die Beruhigung separat frei wählbar ist. Dazwischen befindet sich eine Thermotrennwand. Die Wasserkerne liegen in einer Sicherheitswanne. Im Lieferumfang ist ein Bezug enthalten sowie ein vierteiliger Satz Luxusschäume und zwei Heizungen für das Wasserbett. Außerdem kommen mit der Lieferung eine Flasche Reiniger für Vinyl, zwei Flaschenconditioner, das Podest und eine Entlüftungspumpe. Warum ist eine regelmäßige Entlüftung des Wasserbetts sinnvoll? Im Wasserkern des Bettes entstehen nach einiger Zeit Luftblasen, die beim Entlüften entfernt werden. Zudem verhindert eine regelmäßige Entlüftung, dass sich Algen und andere Mikroorganismen im Wasser bilden. Nicht zuletzt lässt es gluckernde Geräusche verschwinden und schützt vor Austrocknung. Dank dieser Einsatzmöglichkeiten sorgt ein regelmäßiges Entlüften für den Schutz des Wasserbetts und erhöht seine Langlebigkeit. Der nächste Produkt ist Aquasense Split Wasserbett. Das Aquasense Split Wasserbett ist in neun Größen erhältlich, es stehen vier Beruhigungsstufen zur Auswahl. Bei der untersten Beruhigungsstufe sind keine Einlagen aus Vlies eingearbeitet und es dauert laut Hersteller 10 bis 15 Sekunden, bis sich die Bewegungen komplett beruhigen. Die Herstellung der Wasserbetten erfolgt demnach in der eigenen Wasserbettfabrik und es wird Wert auf höchste Qualität gelegt. Ruhig liegen dank 120%iger Beruhigung. Auf der höchsten Beruhigungsstufe verfügt das Wasserbett von Aquasense über acht Vlieseinlagen. Das führt dem Hersteller zufolge zu 120% Beruhigung und es sind keinerlei Bewegungen zu spüren. Zum Split Wasserbett gehören zwei Heizungen mit 250 Watt Leistung, zwei Wassermatratzen und zwei Sicherheitswannen. Außerdem sind im Lieferumfang der dazugehörige Schaumrand und ein Unterbau mit Schubladen enthalten. Letztere sind in den Farben schwarz und weiß erhältlich. Beim Bettrand besteht die Wahl zwischen folgenden vier Farben. Schwarz, Lederlook. Weiß, Lederlook. Dunkelgrau, Stoff. Grau, Stoff. Was bewirken die Bewegungen eines Wasserbettes? Die Bewegungen des Wasserbettes entstehen durch den mit Wasser gefüllten Wasserkern. Das Bett hat keine feste, vorgegebene Form, sondern passt sich dem Körper an. Dadurch entstehen keine Druckstellen und es herrscht beim Liegen das Gefühl zu schweben. Wasserbetten sollen einen sehr hohen Schlafkomfort ermöglichen und verhindern, dass Muskelverspannungen oder Rückenschmerzen entstehen. Der nächste Produkt ist SofaDreams Sorano Wasserbett. Das SofaDreams Sorano Wasserbett ist ein Komplettset. Es steht in folgenden fünf Größen zur Verfügung, 140 x 200 cm, 160 x 200 cm, 180 x 200 cm, 200 x 200 cm und 200 x 220 cm. Die Angaben beziehen sich auf die Breite und die Länge der Liegefläche. Außerdem bietet der Hersteller das Wasserbett in vielen unterschiedlichen Farben an. Hierzu zählen. Weiß. Weiß-Beige. Weiß-Sandbeige. Weiß-Dunkelbraun. Weiß-Grau. Weiß-Rot. Weiß-Schwarz. Schwarz. Schwarz-Weiß. Die erstgenannte Farbe bezieht sich auf den Korpus, das Kopfteil und die Seitenteile. Die andere Farbe ist die Nebenfarbe, in der die inneren Seitenteile gestaltet sind. Mit LED-Beleuchtung, das SofaDreams Wasserbett ist mit einer LED-Beleuchtung versehen. Sie befindet sich in dem Kopfteil und den Seitenkästen. Der Bezug des Sorano Wasserbetts besteht aus Kunstleder. Das Material ist in Herstellerangaben nach reißfest, UV-beständig, wasserabweisend und schweißbeständig. Gleichzeitig soll es sehr hautverträglich sein. Neben dem Bettgestell befindet sich eine Matratze im Lieferumfang. Sie verfügt über einen Bezug aus laut Hersteller antibakterieller und luftdurchlässiger Vinylfolie. Zur Pflege der Folie ist der mitgelieferte Vinylreiniger verwendbar. Er dient gemäß Hersteller zur Vorbeugung von Sprödigkeit und Rissen. Das Wasserbett ist den Herstellerangaben nach dazu in der Lage, sich der Körperform anzupassen und den Körper zu entlasten. Es bietet die Möglichkeit, den Härtegrad für die beiden Seiten unabhängig voneinander einzustellen. Außerdem verfügt das Wasserbett über zwei Heizungen. Sie sind zum Beheizen der Matratze verwendbar und ermöglichen ebenfalls eine individuelle Einstellung für jede Bettseite. Daneben ist das Sofa Dreams Wasserbett Sorano mit Gewichtsverteilern ausgestattet. Sie sollen für eine sehr gute Verteilung der Last sorgen. Der nächste Produkt in unserer Liste ist Belvita Classic Line Wasserbett. Complete Belvita Waterbett with Advice and Assembly Service, Delivery.de, at, ch, Benelux. Delivery and Professional Assembly of your new Belvita Waterbett, Advice by Trained Specialist Steff. Includes Drawer Base. Base with 6 drawers on wheels. All decorations can be selected, the image, entry height including mattress aprox. 45 cm. Soothing Level Freely Selectable. In our waterbett's fleece are incorporated into the water core for calming, the image. Choose between 7 levels, free flow, 0 fleeces, 2 fully soothed, 6 fleeces. System freely selectable. The Mono System, 1 water core, 1 heater, is ideal if you sleep alone. We recommend a dual system, 2 water cores, 2 heaters. Soft side waterbed with quality vinyl. For our Classic Line waterbeds, we only use 0,6 mm thick quality vinyl. Certified according to children's toy standard. Anti-Allergic Medikot Double Cloth Cover. Pleasantly soft waterbed cover, also suitable for allergy sufferers. Separable in the middle with zip from 160 cm bed width, washable at up to 90 Grad Celsius and suitable for tumble drying. Use of the highest quality and skin-friendly materials, according to Ökotex Standard. Outer Material, 300 g pro Quadratmeter, 60% Polyester, 40% Cotton, Filling, 350 g pro Quadratmeter, 100% Polyester Hollow Fiber. Economical Waterbed Heating Systems. Choose between modern ceramic heater or carbon heating, separately adjustable for both sides, 26 Grad Celsius bis 32 Grad Celsius. According to Terms and Conditions Belvita AG. Der nächste Produkt in unserer Liste ist Belvita Silverline Wasserbed. Belvita Silverline Waterbed with Advice and Assembly Service, Delivery.de, at, ch, Benelux. Delivery and Professional Assembly of your new waterbed, consult with your own trained professional staff. Includes Drawer Base, Frame und Amp. Headboard. Drawer Base with 6 Soft-Close Draws, Comfortable Height 55 cm Entrance. Includes Cod Bumper and Choice of Headboard, Plexi Classic, in many Designs. Soft-Seite Mesamol Waterbed. 0,6 mm Thick Quality Vinyl, Manufactured using BHT Halate Free Plastic Easer Mesamol 2. The fleece is attached to the water core gleich no slipping. Certified according to Children's Toy Standard. Tensil Natural Fiber Cover with Climate Hollow Fiber. Antibacterial, Temperature Regulating and Excellent Moisture Regulating. Long-lasting Natural Protection Against Mittels. Divided in the Middle, Washable at up to 90 Grad Celsius, Certified according to Ökotex Standard. Outer Material, 300 Gramm pro Quadratmeter, 40% Polyamide, 38% Tencil, 22% Polyester, Filling, 500 Gramm pro Quadratmeter, 100% Polyester Hollow Fiber. All soothes are freely selectable. In our water mattresses fleece is incorporated into the water core for soothing, the image. Choose your desired calming from free flow, not fleece, too fully soothed, sex fleeces. System freely selectable. The Mono System, 1 water core, 1 heater, when you sleep alone. We recommend a dual system, 2 water cores, 2 heaters. Energy Saving Heating System. Optional Ceramic Heating System, 26 bis 36 Grad Celsius, or Digital Carbon Heater IQ, 24 bis 36 Grad Celsius, for both sides separately adjustable, TÜV and GS Certified. Includes Care Product Set. All Care Products and Bleeder Valve are included for the first year. According to Terms and Conditions Belvita AG. Der nächste Produkt in unserer Liste ist Blut IMEs Blue Forest Wasserbett. Blue Forest Waterbett The solid Blue Forest Bed Frame made of old beach hardwood includes the following features. Bed Frame, Water Mattresses, Bluestar, Thermal Divider Vinyl, Cover Niki Elastane, Top Liner Zip-In, Foam Side Split and Heating Carbon Classic. When ordering, you have the option to choose the bed size, whether dual or uno and the calming levels. Your ordered water bed is assembled by a Blut IMEs Specialist Retailer. Assembly and instructions are included in the price. The water bed mattresses are filled with the durable fleece, then they are fixed to the floor film and closed by welding process so they remain dimensionally stable. The Code IMEs Dealer Near You. Self-Assembly is not possible, otherwise we cannot guarantee you. Halten Sie diese Liste für sinnvoll? Hinterlasse einen Kommentar für uns. Den Produktlink findet ihr in der Videobeschreibung. Denken Sie daran, den Kanal zu mögen und zu abonnieren, um über die neuesten Bewertungen auf dem Laufenden zu bleiben. Und dann geht's noch von der Videobeschreibung. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.